Ich vermute, ein Mensch wie du ist es wert, mein Leben in Händen zu halten. Sehr gut. Nimm es. Nimm das Schwert des Eises. Gelb? Das sieht aber aus wie das Schwert der Blitze oder so. Ich hätte eher was Blaues erwartet. Obwohl, Wasser ist nicht blau. Das sieht an der Reflexion vom Himmel. Was heißt eigentlich durchsichtig? Farblos. Was? Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Ich mag deine Stärke. Ich wette, du wirst diese Technik meistern. Sie gehört dir. Irgendwas ist in meinem Kopf. Distortion Blade. Show me! Show me! Fähigkeiten. Quest. Distortion Blade. Raum-Zeit-Attacke besiegt Gegner durch Raum-Zeit-Verzehrung. Aha. Wenn du so sagst. Das war jetzt ein kleiner Schnitt, den ich schicken machen musste, weil ihre FPS-Anzeige meint, sich in Luft aufzulösen, weil ich auf irgendeine Taste gekommen bin. Aber egal. Alles ist wieder in Ordnung. Juhu! Gehen wir raus hier. Raus! Aber gucken wir uns erstmal die neue Waffe an. Das ist nicht nur, wie man sich Waffen anguckt. Chicken. Wo haben wir denn? Hier. Magisches Schwert mit einer, einer dem Eisgleichen Klinge. Einer der drei Waffen. Ja. Jetzt haben wir schon zwei. Jetzt brauchen wir nur noch eine. Die Frage ist, wo bekommen wir sie her? Das ist die Frage. Irgendwie. Erinnert mich das Design dieses Schwertes an das Master-Schwert aus Legend of Zelda? Oh, nun Bücher. Nun Bücher. Ja. Hey Chicken, wo es gerade gelingt vom Spiel, deswegen... Beziehungsweise von deinem Aufnahmeprogramm. Deswegen ist gerade die FPS-Anzeige verschwunden. Oh! Ja. Link wollte verhindern, dass ich das Schwert mir angucke, und deswegen hat er mich gelingt. Das finde ich aber nicht nice, und ich sollte mich mal heilen. Mind. Heile mich mal. Genau. Mau, mau, mau. Mau, mau, mau. Chicken würde dein Kätzchen. Kätzchen! Miau! Miau! Spüre meine katzenhaftigen Reflexe! Ja. Wir schmeißen Kugelschreiber gegen Tickenstern. Und fünf Minuten später reagiert sie erst. Katzenhaftige Reflexe! Ja! Und schiebe es jetzt nicht auf den Leck. Ja, es hat geleckt. Fünf Minuten lang. Also konnte ich nicht reagieren. Und dafür gibt es erstmal eine Eruption. So, du bist weg. Dock, Mieste. Und Chicken Summe wieder mit, Böse, Chicken, Böse, Böse, Böse. Du kannst dir auch nichts Besseres einfallen lassen, außer mitzusummen. Asuka! Jetzt kommst du erst, Asuka. Apropos Asuka, was macht mein Vögelchen gerade eigentlich? Irgendwo auf dem Schrank. Ja. Ah. Hat man wieder keine Lust hier rumzusetzen? Egal, gehen wir raus. Sie ist ja nur ein Vogel. Ein Chicken ist vor dem Vogel und so. Nein, Zuschauer, das habe ich nicht. Ich habe drei. Das heißt, ich bin wahnsinniger als alles, was Wahnsinniger... Wahnsinn. Purer Wahnsinn. Wie wahnsinnig ist das denn? Piddle Wave! Du sollst ihn nicht befluten, Amber. Du sollst ihm ein Gericht entgegenschmeißen. Apropos Gericht. Du hast ja jetzt weitere Gerichte... Offscreen dank Chicken gelernt, gemeistert. Dann könnten wir ja nachher einen Abstecher zu Indienzöhle machen, falls dann wieder mal so eine Cutscene kommt. Aber vorher gehen wir noch woanders hin. Mir wurde mal wieder was an den Kopf geschmissen. Ey Chicken, du hast da und da was vergessen. Stürzt du jetzt mal, Katika? Chicken vergisst doch immer so viel. Busch. Ey Wusch, nicht Busch. Ja Chicken hat einen ganzen Busch vergessen. Den kann Klaus nachher beschwören. Das ist der stärkste der Elementargeister. Der Elementargeist von irgendwas. Moment Busch. Äh. Der Steine. Nein. Ja. Was hat ein Busch und Steine gemeinsam? Man findet sie in der Natur. Ja der Elementargeist der Natur. Das ist ein bisschen jetzt von Sui geklaut, aber... Egal. Ich freue mich schon auf das neue Landsman Elements Destiny Spiel von ihm. Könnt ihr mal sterben, ihr Ninja? Maxwell. Murmelmeister. Oh ja, ich wollte schon lange nicht mehr beschworen. Lass mir ein paar Murmeln verteilen. Ja, an die Kinder auf dem Schulhof. Was, das heißt ich kämpfe hier gegen Kinder? In meinem Grunde sind hier die Charaktere auch so fast Kinder. Wie alt sind die alle eigentlich? Ich weiß es nicht. Bum, bum, bum. Gift Ninja kommt zurück. Haha, da steht doch niemand. Da steht ja erst recht keiner mehr. Wurde es gerade pulverisiert. Eine Sardine bekommen wir. Ja. Da ist wirklich etwas faul an der ganzen Sache. Das Alter ist eher eine Lüge. Außerdem fragt man Frauen nicht nach dem Alter. Nicht wahr, Amber Minzusu. Männchen, Weibchen. Männchen, Weibchen. Männchen, Weibchen. Das war nicht gewollt. Das war auch nicht gewollt. Fähigkeiten. Das ist so passiert. Es tut mir leid. Was ist einer von euch eigentlich gehalten? Nein, die sollten noch vom letzten Mal alles noch gehalten. Und bla 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 bla. Raus hier. So. Ikim. Du stinkst. Geh weg. Ey Ikim. Wasch dich mal. Hier. Total Wave. Und wieso hat Bürgermeister Leonis jetzt Amber synchronisiert? Amber kann sehr wohl alleine reden. Aber irgendwas muss ich doch hier an Text bringen. Ich habe so wenig Auftritte. Das geht doch nicht. Ich bin doch die wichtigste Person hier. Ähm nein. Das ist Chris. Chris. Du alter Sack. Was? Aber ich bin doch hier der Hauptcharakter. Als ob. Wenn du der Hauptcharakter wärst. Dann wäre das Spiel innerhalb von drei Sekunden zu Ende. Bei deinem schlechten Gedächtnis. Alters Demenz. Ne? Du kannst ja auch nicht mal merken. Was du heute zum Frühstück hattest. Das ist gemein. Das ist gemein, Amber. Ja und? Ist doch wahr. So Strafe gibt es erst mal Aska. 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 Aska sind Vögel, nicht wahr? Er hatte Hühnchen. Nein. Curry. Habe ich extra gekocht. Ja. Vielleicht kann das ja sein. Gedächtnisverlust durch irgendwas. Kochkünste. Auch ein cooler Nebeneffekt. Was soll das heißen, Gedächtnisverlust durch meine Kochkünste, Chicken? Ich bin viel besser geworden seit letztem Mal. Das ist ja gut. Jetzt streite doch nicht. Genau. Friedenstauben. Bringt den Frieden in der Gruppe wieder her. Frieden sei wieder hergestellt. Möge die Macht mit uns sein. Moment. Das passt gerade nicht. Egal. Wir sind doch alle hier Teil des ewigen Kreises. Weil Chicken dauernd im Kreis läuft. Hey Chicken, das waren die Christoph-Probleme. Ah, das muss beischauen. So, raus hier. Raus hier. Du 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 du. Und die Orgel gespielt. Aufgang, da geht schneller raus. So, und jetzt nachdem unsere Charaktere tiefgefroren sind. Gehen wir an einen warmen Ort. Jetzt einfach nur nach Norden fliegen sollen. Scheiße. Ich kenne mich hier noch weniger aus als, naja. Eine Fledermaus. Geh weg. Moment Chicken. Neue Attacke ausprobieren. Bist du bescheuert? Ja, jetzt lassen die Leute dich nicht mehr. Distortion Blade. Maxwell. Wow. Hohohohohohohohohohoho. Was war das denn für ein langer Klinger? Wow. Krasse Scheiße. Tja, war aber lang. Ja. Es ist eine Ninja-Schrift. Die letzte war noch nicht da lag, als ich hier drinne war. Susu Lernflair Blitz. Schon wieder ein Lightning-Attack, oder warum? Es ist so so... Bist du irgendwie elektrisch geladen, oder... Äh. Da, Flair Blitz. Wirft einen feurigen Wurfstern. Also. Erstmal meinen Leuten wieder ihre ganzen Attacken zurückgeben. Die habe ich nicht weggenommen. Die habe ich... Fold und Shadow weggenommen. Ich kriege Thunder Blade wieder. Indignation. Bum, 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 bum. Falte Attacke. Scheiße. Egal. Zerschneide die Dschins mit deiner langen Klinge. Gehen wir erst mal zur Undinshöhle und gucken, ob eine weitere Katzin aktiviert wird. Ein bräсячer Abonn 잠ble. Bum, 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 bum.